Hier wird alles selbst gebacken. Täglich ab 3 Uhr morgens herrscht in der Bakery des Bagels & Coffee Hochbetrieb. Dann nämlich legt Konditorin Nicole Paul los. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört natürlich erst einmal, na klar, die Gäste des Bagels & Coffee an der Friedrich-Ebert-Ecke-Gutenberg-Straße mit Bagels zu versorgen. Angeboten werden verschiedene Sorten, eins steht aber immer im Vordergrund. Die Zutaten sind gesund und frisch. Hier haben wir unsere Dinkel-Bagel und unsere Fitness-Bagel. In den Fitness-Bageln sind frisch geraspelte Möhren drin und eine Viersaat-Mischung. Und wir verwenden Dinkelmehl aus kontrolliertem Anbau. Aber auch die selbstgebackten Muffins erfreuen sich bei den Gästen größter Beliebtheit. Egal ob Blaubeer, Apfel oder Schokomuffin. Der Fokus der Bakery liegt auf amerikanischen und traditionellen Rezepten. Von hier aus werden auch das Kaffee Haider und das Deli-Coffee mit Kuchen und Torten beliefert. Aber auch Privat- oder Geschäftskunden können jederzeit Backprodukte zur Abholung bestellen, quasi einen Cake to go. Fehlt nur noch der frische Kaffee dazu. Im Begels & Coffee wird ein Kaffee der Marke Perunero aus dem Annenhochland angeboten. Entweder als Klassik oder als Espresso. Unser Kaffee ist kräftig, mild und magenschonend und ist eine eigene Hausmischung und kommt aus der ältesten Kaffee-Rösterei in Berlin. Aber auch die Liebhaber deftiger Speisen kommen im Begels & Coffee auf ihre Kosten. Täglich werden Salate, klassische hausgemachte Suppen und natürlich das berühmte extra feurige Chili con Can nach dem Deli-Coffee-Hausrezept serviert. So kommt im Begels & Coffee garantiert jeder auf seinen Geschmack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017